Untertitelung des ZDF für funk, 2017 War das eine Bisonherde? Der Sportsquad. 98% Muskeln, 2% Gehirn. Jeder, der hier cool sein will, schließt sich einer Gruppe an. Einer Squad. Die Hip-Hop-Squad. Der Vlogger-Squad. Die Fangirl-Squad. Der Technik-Squad. Und klar, die VIP-Squad. Stella Finkenstedt, die Anführerin. Sie hat nur ein Ziel im Leben, angebetet zu werden. Du bist ein Misfit. Einer was? Das ist der Squad für... Loser. Ein Misfit. Willkommen, liebe Freunde. Ein neues Schuljahr hat begonnen. Und neue Opfer. Und auch dieses Schuljahr beenden wir natürlich mit... Humbug Supertalent! Lass es mich ganz deutlich sagen, Misfit. Ich bin hier an der Schule des Gesangstalent. I can make you... ...or break you. Misfit Möller wird am Contest teilnehmen. Was? Misfit Möller wird jeden Tag unangenehmer. Jetzt kannst du dich aufmachen. Jetzt stellst du dir vor, dass du auf einer echten Bühne stehst. Und dann such dir jemand im Publikum aus und singst nur für diese eine Person. Englisch-Nachhilfe? Würdest du gerne zurück nach Amerika, Julia? Wenn ich ihm Sohn zu einer 3 verhelfe, dann gewinne ich den Contest. Und schwupps, bist du auf dem Weg in die USA. Julia, komm! Ja, ja, ich komme! Haltet euch fest! Überall in der Schule sehen wir den Buchstablenken. Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020